Was macht den Sohn Gottes zum Einzigen seiner Art? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eine Frage, die sehr wichtig ist, vor allem, wenn es um den Ursprung des Gottessohnes geht. Warum? Nun, die Geburt durch den Heiligen Geist wird nirgends so genau beschrieben wie in den Evangelien, wenn es um den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes geht. Und das auch zu Recht, da hier etwas geschah, was einzigartig ist. Eine Entäußerung, eine Art Verwandlung von einem Zustand, also Geist, in einen anderen Zustand, Fleisch. Auch nochmal die nachfolgenden Verse prüfen, Philippa 2, 6 bis 7 oder auch Hebräer 10, 5. Und auch hier nochmal der wichtige Hinweis, alles zu prüfen und vor allem, wenn es Kontextschwierigkeiten gibt, das ganze Kapitel nochmal selbstständig lesen. Also, in diesem Video soll es darum gehen, aufzuzeigen, dass der Sohn Gottes Jesus Christus den Titel des Monogenes, also des einzigen seiner Art, nicht erst bekommen hat, als der Heilige Geist über die Jungfrau Maria kam, sondern dass er schon bevor diese Welt überhaupt existiert hat, der Sohn Gottes gewesen ist. Das heißt, er ist deswegen der Einzige seiner Art, weil er aus Gott gezeugt wurde. Psalm 2, 7 sagt, Ja, der Sohn, das Wort Gottes, Jesus Christus, wurde gezeugt aus der Quelle des lebendigen Wassers. Jeremia 2, 13 sagt, Wie bereits erwähnt, wird oftmals fälschlicherweise angenommen, dass Jesus, der Sohn Gottes, erstmalig mit der Jungfrauengeburt in Existenz gekommen und aufgrund dessen der Monogenes ist, weil er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Genau wegen dieser falschen Annahme möchte ich genauer darauf zu sprechen kommen. Hinweis, ein anderes Video zum Thema Monogenes habe ich bereits hochgeladen. Der Link findet sich in der Infobox. Zunächst die Begriffserklärung, damit es auch zu keinen Missverständnissen kommt. Es geht um das Wort Monogenes. Und jeder kennt den Vers aus Johannes 3, 16, wo es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn für die Welt gegeben hat, sodass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben bekommt. Und hier geht es um das Wort einzig geborenen Sohn. Monogenes. Definition einzig gezeugt, Verwendung einzig, einzig gezeugt, einzigartig. Der Einzige seiner Art. Aber warum ist Jesus der Einzige seiner Art? Frage 1. Ist die geistliche Zeugung, die Zeugung durch die Kraft Gottes ein Alleinstellungsmerkmal, um zu beweisen, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Monogenes, beziehungsweise der Einzige seiner Art ist? Nein. Und warum? Weil es bereits Zeugungen, Kraft der Verheißung Gottes gegeben hat und das eindringlichste Beispiel ist Abrahams Sohn Isaac. So heißt es zunächst in 1. Mose 11, 30. Sarah I. Aber war unfruchtbar. Sie hatte keine Kinder. Und das Strongword H6135, Akar, was so viel bedeutet wie unfruchtbar oder wie ausgestorben in den Zeugungsorganen, männlich oder weiblich, also Unfruchtbarkeit. Auch hier nochmal zu prüfen in Richter 13, 3, dasselbe Wort. Links finden Sie sich in der Infobox. Sarah war also unfruchtbar. Sie konnte auf dem natürlichen Weg keine Kinder bekommen. So bekam Abraham zunächst ein Kind von Hagar, also der Sklavin von Sarah. Sie gebar ihm einen Sohn, Ismail. Jedoch sollte es nicht bei einem Kind bleiben. Gottes Verheißung versprach Abraham einen weiteren Sohn, Isaac. Ich möchte vorlesen aus 1. Mose 17, Vers 17-19, wo es heißt. Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte, denn er dachte bei sich, einem 100-Jährigen soll noch ein Sohn geboren werden und die 90-Jährige Sarah soll noch Mutter werden. So sagte dann Abraham zu Gott, ach möchte nur Ismail vor dir am Leben bleiben. Doch Gott antwortete, ganz gewiss wird deine Frau Sarah dir einen Sohn gebären, den du Isaac nennen sollst. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Und weiter heißt es in 1. Mose 18, Verse 11-14, Abraham und Sarah waren aber alt und hochbetagt, sodass Sarah nach ihrer leiblichen Beschaffenheit keine Kinder mehr erwarten konnte. Darum lachte Sarah in sich hinein und dachte, jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch an Liebeslust denken und mein Eheherr ist ja auch ein Greis, da sagte der Herr zu Abraham. Warum hat denn Sarah gelacht und denkt, Sollte ich alte Frau wirklich noch Mutter werden können? Ist etwa für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zu der genannten Zeit übers Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Ja. In den nachfolgenden Versen wird klar, dass hier nicht von einer fleischlichen, also normalen Zeugung die Rede sein kann. Aber dazu im Anschluss noch mehr. Auch Isaacs Frau Rebekah war unfruchtbar. Zufall? Wohl kaum. 1. Mose, Kapitel 25, Verse 20-21, wo es heißt, Und Isaac war 40 Jahre alt, als er sich Rebekah zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekah, seine Frau, wurde schwanger. Es geht hier also um Verheißung, um Gotteskraft, welche die Zeugung Isaacs und der Söhne Jakobs und Esau angetrieben hat. Nochmal, es geht hier nicht um eine menschliche, fleischliche Zeugung, sondern um eine geistliche Zeugung. Kommen wir nun nochmal zurück zu Abraham und Isaac. So heißt es in 1. Mose, Kapitel 22, Vers 12, Und hier haben wir nicht das Wort Monogenes, da wir natürlich auch im Alten Testament sind. Und da haben wir das John-Word H3173, Yahid, was so viel bedeutet wie einsam. Also es kann einsam bedeuten, einer einzigartig, einsam, einzig gezeugter Sohn. Auch nochmal in der Infobox nachzulesen. Abraham bekam also laut der Schrift zunächst die Anweisung, er solle seinen Monogenes, das heißt seinen einzigen Sohn, opfern, was er am Ende nicht tun musste, da Gott ihm damit augenscheinlich offenbaren wollte, welch schmerzliches Opfer er selbst, das heißt unser Vater im Himmel, vollführen würde. Gott, der Vater, zeigte uns, dass nicht Abraham seinen einzigen Sohn geben sollte, sondern er würde seinen Monogenes, seinen Sohn, den einzigen seiner Art, für die Menschen geben. Die Rede ist vom Wort, das Fleisch wurde, also von Jesus Christus. Jetzt aber nochmal zu Abrahams Monogenes, seinem Sohn Isaac. Wie wir wissen, war Isaac nicht der einzige Sohn Abrahams. Auch Ismail war einer der Söhne Abrahams. Warum also wird hier vom einzigen seiner Art gesprochen? So heißt es auch in Hebräer, Kapitel 11, Vers 17, Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaac zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn, Monogenes, opfern, obgleich er die Verheißungen empfangen hatte. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Monogenes, den einzigen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Isaac wurde auf andere Art und Weise gezeugt als Ismail. Das heißt, er, also Isaac, ist ein Kind der Verheißung, geistlich gezeugt, das Kind der Freien und nicht aus menschlichen Samen gezeugt wie Ismail. Nochmal deutlicher wird es in Galater 4,29 und das ist ein ganz wichtiger Vers, wo es heißt, Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Und das Wort Pneuma bedeutet Geist. Isaac sowie Jakob sind aus Geist gezeugt. Und schon ist das von vielen angenommene Alleinstellungsmerkmal vom Sohn Gottes nicht mehr aussagekräftig, da er nicht mehr der Einzige ist, der aus Geist gezeugt wurde. Also hier nochmal der wichtige Hinweis, auch alles nochmal selbstständig prüfen. Die Links sind in der Infobox. Ebenso verhielt es sich mit Johannes dem Täufer. Die Geburt von Johannes dem Täufer hat einen ähnlichen Verlauf genommen. Sarah sowie Rebekah im Alten Testament waren nicht zeugungsfähig, ebenso wie Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. So heißt es in Lukas 1, Vers 36 Alle bisher genannten Frauen waren diesbezüglich in einer misslichen Lage, aber für Gott ist nichts unmöglich. Auch unser Vater im Himmel half mit Kraft seiner Verheißung, dass Elisabeth schwanger werden konnte. Zu lesen in Lukas 1, Vers 7-25 Nun weiß man, dass die Zeugung des Geistes auch auf Johannes, den Täufer, anwendbar ist. Johannes, der Täufer, sagte es frei heraus, was wirklich das Alleinstellungsmerkmal des Gottes Sohnes ist, indem er sagte, Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war er als ich. Johannes 1, Vers 30 Fleischlich gesehen war Jesus jünger als Johannes der Täufer, denn er war sechs Monate älter wie er und trotzdem war er vor ihm gewesen. Wie? Nun, wie bereits erwähnt, war Jesus seine anfängliche Existenz beziehungsweise seinen Ursprung im Himmel beim Vater oder wohl besser ausgedrückt, im Vater genommen hat. Wir sollten nicht vergessen, Gott ist Geist. Und Jesus selbst ging noch weiter und sagte in Johannes 8, 58 Das heißt, es gilt zwischen den beiden Existenzen des Gottes Sohnes zu unterscheiden. Auf der einen Seite a, dem Sohn Gottes im Himmel und b, dem Menschensohn im Fleisch auf der Erde. Wunderbar unterschieden vom Apostel Paulus in Römer Kapitel 1, Verse 3 bis 4, wo es heißt, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus unseren Herrn. Okay? Also hier wunderbar unterschieden zwischen der geistlichen und der fleischlichen Existenz. Jesus Christus war zuvor geistlich, bevor er im Fleisch kam. Und bei jedem neu geborenen Christen ist es eigentlich andersrum. Wir werden von der fleischlichen Existenz, also im Fleisch, zu Geist. Und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Überpunkt. Neugeborene Christen sind also die Nachzügler oder eben Nachfolger. Wenn es um Christen geht, ist die geistliche Zeugung nicht so zu verstehen, dass eben Geist Fleisch zeugt, wie bei dem bereits genannten heiligen Menschen es geschah, sondern, dass der Geist den inwendigen, das heißt den inneren Menschen neu macht, beziehungsweise erneuert. Das heißt, man ist eine neue Schöpfung in Christus. Römer 8,16 sagt, eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geiste, ihm bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, und von welchem Geist ist die Rede? Laut Römer 8,9 vom Geist Christi. Frage 2 Man kann also ausschließen, dass die geistliche Zeugung nicht unbedingt als Alleinstellungsmerkmal angewandt werden kann, siehe Isaac, Jakob und Esau oder Johannes der Täufer, wie bereits besprochen. Deshalb ist es auch umso wichtiger zu verstehen, warum die Zeugung des Heiligen Geistes vor allem in den Evangelien detaillierter beschrieben wurde, als bei den anderen Zeugungen durch den Geist Gottes. Ja, aber warum ist das so? Weil Jesus der Erstgeborene vor aller Schöpfung ist, beziehungsweise der Erste von allen. Was bedeutet, dass Jesus, also das Wort Gottes, vor Erschaffung der Welt vom Vater, dem Herrn der Geister, dem Gott der Götter, wortwörtlich gezeugt wurde? Wie wir es am Anfang schon besprochen hatten, im Psalm 2,7 oder auch Johannes 1,18 gibt wunderbare Hinweise darauf. Es wurde in den Evangelien so ausführlich beschrieben, um den veränderten Zustand aufzuzeigen, dass Jesus, bekannt als das Wort Gottes, laut Offenbarung 19,13, der geistlich mit dem Vater dieser eine Geist war, seine göttlichen Eigenschaften, die er mit dem Vater teilte, aufgab, denn er war Gott gleich, laut Philippa 2,6-7, um anschließend von der Gleichheit mit Gott in den anderen Zustand zu wechseln, und zwar zur Gleichheit der Menschen, also im Fleisch, dem Menschensohn, Knechtsgestalt. Also nochmal, von Gott gleich, derselben Art wie Gott, wir reden von der himmlischen Existenz, zur Gleichheit der Menschen, im Fleisch, Knechtsgestalt. Und auch vor der Entäußerung, beziehungsweise den Eintritt in die Welt, gibt es einen ganz, ganz tollen Vers in Hebräer 10,5, da heißt es, daher sagte er, in Klammern der Messias, auch bei seinem Eintritt in die Welt, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, wohl aber hast du mir einen Leib bereitet. Diese Verwandlung von Geist zu Fleisch zeigt, welch ein großes Opfer Vater und Sohn hinnahmen, um die Menschheit von ihrer misslichen Lage zu befreien. Viele kennen nur das Opfer am Kreuz für die Sünden der Welt. Hast du erkannt, welches Opfer Vater und Sohn bereitwillig hinnahmen, um dich zu retten? Hast du erkannt, was es bedeutet, dem zu dienen, der alles für dich gegeben hat? Und nochmal, Johannes 3,16, wo es heißt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, also den Monogenes, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das wunderbare Bild, warum ist Jesus der Monogenes? Und das soll auch die letzte Folie für dieses Video sein. Ich habe hier alles nochmal in Stichpunkten aufgezeigt, auch nochmal ein paar Dinge zum Nachsinnen für euch hinterlegt, wo ihr auch nochmal selber prüfen könnt. Und ich möchte jetzt, bevor ich dieses Video beende, noch 1. Johannes 5,1 vorlesen, den Rest bitte auch nochmal selbst prüfen und durchlesen. In 1. Johannes 5,1 heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Meine abschließende Frage ist, liebst du den, der aus Gott geboren ist? Wenn ja, dann hast du erkannt, wer wahrlich der Monogenes ist. In diesem Sinne wünsche ich euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch selbstständig vom Wort, laut Matthäus 4,4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Amin. 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 Vielen Dank.